dass ich mir so wunderbar hält raus nicht wunderbar jetzt nicht gehen man so ein bisschen kürbissuppe hatte ich gut nicht gut ist noch nicht hier drin die habe ich alle draußen in der kiste dünger weg metall weg holz weg holz weg metall weg so ein paar glasgefäße können erstmal hier rein in die krimskrumpskiste und dann mal gucken in den dünner sie vielleicht mal eine neue kiste basteln die halbe hier nur für den dünner mit dem heraus kann der torf auch wieder hier rein mit dem maten muss ich auch mal gucken dass ich die mal langsam irgendwie ja bisschen viele mittlerweile ich muss sie mal irgendwie benutzen ich weiß noch nicht ganz wie so weit geht das weizen das weizen immer nach unten und dann schauen genau kiste für dünger was brauche ich finde kiste die kiste brauche ich hier balken mit vier nägel vier zwei einfache und da kommt dann eine ganze düngere ein bisschen spa los eine kiste in den rand sehr schön das gebiet wächst und gedeiht dann ist er schon mal weg gut ok nochmal gucken dass ich meinen ganzen stein und ganzen marmor verbrauche damit wieder neue hier liegen darf sonst bringt der zombie mir nichts neues bis weiter kann ich es näher zu punkten umwandeln und wir packen das ist schon mal free points free money ein stück marmor aber der kappen oder marmorpunkte also blaue das ist ja nicht konnte politische steine auf verpacken die nur geschnitzte steine gott ich jetzt mal wieder glauben eure spaß aber politen marmor das geht macht mit sechs stück die punkte kann man nicht von irgendwo her sehr gut machst du mal eine kiste fertig von und dann kann hier alles wieder weg die steine muss ich mal gucken ich glaube die ich einmal verkaufen nachher und zwar brauchen die auf zwei zeiten so viel platz so jetzt erstmal zum schmied gott wo sind die stunde hin in die ich jetzt im spiel dieses spiel ich denke mal mal können die bär noch mal kurz vor dem hier wenn man gar keine mehr zu haus mit bist du da noch nicht ich warte geduldig aber beeil dich bitte ich warte darauf deinen dienst in anspruch nehmen dürfen vielleicht kaufe ich auch was wenn ihr jetzt rauskommt ja schade ist leider eine sekunde zu spät jetzt mal ernst was hast du der möchte noch kampfrufeisen reisende einhörner solchen die noch mehr kriegen und ich müsste immer gucken dass ich mir mal die anderen sachen hier freischalte wenn ich mir jetzt hier mal irgendwie zwei schleifsteine kaufen bringt nicht viel gerade würde er mir kohle anbieten hätte ich ja sofort ja gesagt aber so wer tut mir leid du ach so aber ich hätte gern noch deinen behalten durch ne fege fritos werter mochte ich noch nie ich versuche mich kurz zu halten kann ich mir deinen behalten durch ausleihen ach meine wegen kannst du ihm sogar behalten aber erst muss mir helfen horadrix klaune war in den letzten tagen einfach zu gut verderben wir sie diese leute besuchen horadrix taverne um den liedern von frau anmut zuzuhören überzeugen sie davon auch in deiner taverne zu singen und horadrix wird grün vor neid anlaufen oh gott wie kriege ich die denn dazu aber dann ist sie doch schon wieder durch ne die kommt doch ja später wieder oh anmut hier ich brauche noch ein flaschen parfüm von ihr und die war da ah ne die kommt in zwei tagen wieder boah oh das ist der astrolog da kann ich bei dem noch was machen da bestanden noch ne querstoffen beleuchtturmwärter hier beschaffe säure und nach dem angriff nachfragen ja dann fragen wir noch mal nach dem angriff das könnt ihr bestimmt freuen wenn ich mich um ihn sorge die säure für seine augen gibt später so ne äh keine ahnung muss ich mal gucken wie ich das machen mit der säure ich glaube die kann ich noch gar nicht machen ich glaube da fehlt mir noch eine ingredienz für ach ja diese kurzen wege astrobob was geht ab ich kann mich für fragen mich noch nicht ja der hat federn ne warte mal nehme ich mal mit ich kaufe mir zu viele dinge aber für 10 silber ein großes buch für blaue punkte nehme ich für 5 silber ein mittleres buch nehme ich also ne geld habe ich jetzt echt genug wofür ich ein taschenbuch brauche weiß ich nicht kapitel brauche ich derzeit auch nicht aber eigentlich kann ich mir die ganzen bücher alle kaufen vielleicht freut er sich ja dann guck mal ich hab dich fast leer gekauft punkte geil technologien was brauche ich denn so was wollte ich denn lernen auf jeden fall hier komplexe druckerpresse ganz wichtig chemische werkpackung für zombies das ist hier hohe priorität gut hier geht gar nichts das habe ich durch ja aber das habe ich durch wir haben diesen diesen abschnitt bücher schreiben komplett fertig mega gut so stahlwaffen könnte man dann werde ich halt mal gucken hier geht gar nichts essen brauche ich nicht das hier braucht nachher so ne geistermünzen hier oder geistermarken ja komm dann mache ich jetzt hier Stahlwaffen geil und dann gucke ich mal wegen der säure aber da habe ich mal gesehen so teuer sind dann halt diese bücher auch nicht mehr irgendwann dann holst du die halt echt mal so nebenbei wenn ich mir noch überlege wie ich dann noch ich brauche 50 silber wie soll ich denn die zusammenkriegen alles zusammengekratzt war jetzt sowas so einmal taverne geld holen so guck ich bin's danke für das geld erzählen selber ist nicht viel so und dann auch auf nach hause mal gucken wie viele kisten fehlen ich glaube es waren jetzt obwohl 1, 2, 3 stück noch aber die müssen wir gleich mit der ernte machen können dann ist ja next day schon wieder gebet dran und über next day ist dann vor anmut die kleine perle dieses kleinen dorfes hier so jetzt mache ich die schleifsteine rein eine von sechs motten muss ich auch noch machen ach ja so ernte sack nimm ich ernte sack nimm ich geil ernte nimm ich erst mal hier kürbisse jawoll das sieht nach einer guten erdau schön viele goldene vor allem jetzt ist ja der schon richtig gelohnt oh ja so kann das bleiben da brauche ich noch nicht mal hingucken haben wir nur zart mal pflanzen fertig so die ernte sagt sie gut aus nicht schlecht noch massig viele goldene zieht sogar übrig nämlich ist gekauft mega gut allein damit könnte ich eine ganze kiste voll machen allein damit auch cool das hat sich sogar wirklich heftig gelohnt das hat sich richtig heftig gelohnt so mega gut pass auf machst du mal zwei goldene gemüsekisten machst du mal noch mal zwei goldene gemüse dann bist du durch ich mach dir mal in die sieben balken die mehr sogar war marie fällig i can follow in ihr manchmal 36 die sollten das mal reichen sehr schön dann haben wir die wöchentliche lieferung auch schon durch bringe ich mir die bären weg mach mal eben neuen kürbissuppe bringe noch die federn weg und dann kann ich über bieten gehen fast ich würde dann eher mal kurz pause drücken mal kurz eine raum gehen in ruhe nehmen wir 30 flugbläder mit und man gleich noch ein bisschen werbekampagne zu machen für die für den markt ich wirklich ob das mehr bringt bin mir gar nicht ganz sicher aber ich bin sofort wieder da ich habe natürlich gerade so wie immer ein paar dinge nachgeguckt wo ich mich dann gleich mal ansetzen wollte erst mal möchte ich kurz über das gucken warte mal weihrauche später mal ganz wichtig das kann nämlich dann in die räuchergefäße in der kirche wo wir gleich jetzt mal beten werden und dann komme ich mich um was anderes herzensteine kann ich anmachen mit irgendwas muss ich auch noch mal gucken aber das schauen wir alles später erst mal sehe ich dass wir jetzt mal hier beten dürfen gleich und der friedhof sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus wenn er nicht so viele niedere leichen hätte eigentlich hätten wir natürlich hier nur gerne hochqualitative leichen von reichen leuten natürlich ansonsten ist uns so eines so viel zu schade aber ich tue mal eben das holz hier an beten soll jetzt nämlich auch gleich können danach kümmern wir uns mal um den besseren dünger habe ich immer nachgeguckt er ist sogar machbar für mich da ich ja mich im sammeln von gegenständen schon wieder verbessert hatte letztes mal oder vorletztes mal oder das mal davor irgendwie so so beten wir für eine gute kirche die klasse ist by the way als ihr das noch nicht wusstet weiteren 18 glauben dankeschön auf wiedersehen bis nächste woche eure spenden sind immer willkommen leute nehmen sie gerne an mich vielen lieben dank 5 gold 49 zählt schon echt was geil ist also ich bin mega gut so jetzt kommen wir zu dem wichtigen pass auf wir rennen dass man durch die gegend rum hier und suchen nach roten pilzen und nehmen das holz mit zum brauner mehr drauf sagt so hier oben soll ein roter sein da ist einer natürlich zwei das ist gut weich jetzt von mir ihr bösen schleime du siehst wenn ich jetzt holz du kannst mich ja nicht sehen du cheater ich müsste dann sogar später nachwurzeln ich glaube zwei bis drei tage oder wann das mehr sind wir nicht kann ich das nicht immer einreißen also ich kann das später tatsächlich auf ausräumen gibt es noch dynamit ah bitte warum kann man das abmachen was ist denn da oben noch außer wasser halt warum sollte ich das tun wir flutig damit ich mein eigenes gelände so rein von der theorie her gut ich habe jetzt rote pilze die müssen die muss ich verarbeiten zu was war das äh giftiges Bruder oh Gott war das jetzt Bruder aber meinsam muss ich sowieso erforschen sonst kann ich sie zu gar nichts verarbeiten die Flüssigkeit meine Punkte gibt sie mir äh darf ich das mal bitte aufgeben danke die geschichte hier rein so Flüssigkeiten macht ich hier in der Chemie Mühle nein in dem Handmischer genau giftige Lösung geil geht das nicht auch schneller Gott marit hat so ein nach mann weil das Geld Geld habe ich nicht scheißegal EF 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 geil muss es gleich ihnen mal unterbrechen ich gehe vielleicht pennen dann muss ich jetzt mal zur frau anmut dann kann ich weitermachen die giftige lösung ist wie die zahl 42 lösung fahrt bleiben wir kommen nach oben ob der es sich langweilt mit einer komischen radikalen gemeinschaft die er gegründet hat das schleim habe ich glaube ich hier dran genau auch zehn frösche rauchte ich diese ich habe eine bühne diese frösche nicht für die warte mal nicht vor anmut die kette nie habe ich wohl schon fertig gemacht dann kann sie hier drin bleiben in der rampfseile drin stehen im ausflügel ich fühle mich so erfröscht ja toll ich auch total nun mache mir aber habe ich noch zurück wasser wird dann brenzlig noch mal neues wasser sie noch nacht ihr müsst ihr wieder neues wasser produziert worden sein das hält ein bisschen jetzt kann erstmal hier unten rein hast du nicht mal das rein ups schlecht aber vielleicht praktischen hier rein weiß nicht ich bin ja mal gucken ich nehme mal ich nehme das von heute lieber mal einen raus hier nehmen wir die raus wasser kann ich ja immer gebrauchen gut anmut bin noch mal aber ich kann keine ich kann meine zeit nicht mit geplapper verplippern bitte verstehe dass mein einkommen von der anzahl meiner lieder abhängig ist darüber wollte ich mit dir reden kann ich dich anheuern auch in meiner tabelle zu singen nun ich könnte noch etwas frei haben das kostet sich dann 20 silber für die erste show wenn alles gut läuft trete ich dann später für umsonst auf das ist wahnsinnig teuer aber gut liebste meine stimme ist wertvoller als du dir vorstellen kannst ja dann läuft ne easy haben wir blondie für 20 silber gekauft so teuer war die auch nicht dann hätte ich jetzt gerne mal den deutsch kommst du raus kaufe ich sachen entscheide dich gleich ist hier mal wie letztes mal ach ja dem 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 es kommt kreuz volt kreuz volt raus hier jedoch das wollte anmut hat zugestimmt Das habe ich mir schon gedacht. Oradrik kriegt sich furchtbar auf. Welch schöner Wandel. Also hier ist mein Dolch. Ich hatte übrigens noch einen anderen Dolch, aber den habe ich verloren. Er ist wirklich wertvoll. Vielleicht findest du ihn ja im Wald. Ist das dein Ernst? Suche im nördlichen Wald? Andere sogar wirklich? Nö. Suche im nördlichen Wald nach dem Dolch. Na geil. Ja. Aber hier ist voll Bock drauf, ne? Denn er weiß, dass er ihn verloren hat. Warum holt er ihn denn nicht? Hey, das ist ein roter Pils. Guck mal, da ist noch einer. Ach, hier ist noch dieses Flüchtlingscamp, was ich ja auch nochmal irgendwann machen muss, ne? Oh Gott. Jetzt ist die Frage, wie nördlich ist das denn verloren gegangen? Das wäre nochmal voll interessant. Oh Gott. Sagst du, Baron? Merkwürdig. Er war doch genau hier. Ich habe ihn in den Stumpf gesteckt. Äh, wovon redest du da? Ich habe mich entschieden, einen Nachfolger zu erwählen. So wie wir es damals gemacht haben. Nur ein würdiger Roma kann den Dolch aus dem verzauberten Baumstumpf herausziehen. Gestern habe ich hier in diesem Stumpf einen Dolch gefunden und diesen Spruch gelesen. Jetzt sofort. Hm, war da gestern noch sonst noch jemand bei dir? Hier Roma. Und der Holzfäller. Und, äh, dieser Ingenieur, äh, Corey. Ich frage den Holzfäller und Corey nach dem Dolch. Stimmt, hier war noch dieses Camp, was ich auch noch beliebt bin muss nachher. Guck mal, Holzfäller hier. Wegen dem Dolch, du? Hey, wie geht's denn so? Klasse, ich bin hier viel glücklicher als in unserer langweiligen Riesen-Luxus-Hütte. 50 Klimmzüge und ein Borken-Sandwich und du bist der König der Welt. 50 Klimmzüge? Hm. Das ist bestimmt auch... Da hast du bestimmt auch ganz einfach den Dolch herausziehen können, richtig? Ah, ich habe eine ganze Stunde bei diesem Stumpf verschwendet und hatte kein Glück. Wie schade. Hä? Das ist ein Dolch in einem Baumstumpf. Dann fragen wir mal Corey. Der hier Corey ist das Dress. Das ist Dress. Bei dem muss ich auch noch ein bisschen was freischalten. Sieht aber nicht so wichtig aus. Machen wir ihn anders mal. Dann war Corey der Steinehändler. Na ja, und wir sind ein Dolch. Corey, hast du jemals darüber nachgedacht, ein Roma-Baron zu werden? Hm, du hast bestimmt von diesem Dolch erfahren. Hast du auch versucht, mich rauszuziehen? Nein, ich war zu spät. Du hört mal? Ich habe es die halbe Nacht lang versucht. Ich wollte ihn in einem dieser Roma verkaufen, aber es hat nicht geklappt. Gleich war ich Stress etwas. Oh, hi. Da war ich doch gerade. Warum sagt ihr nicht gleich was? Nein, ich brauche jetzt mal das Knowledge dafür. Ernsthaft? Ey, Jau, Dress, hör mal auf zu singen. Wie nehmt Deutsch, ne? Ey, hast du zufällig im Walten eine uralte Waffe gefunden? Nö, tut mir leid. Aber ich wasche gerade Pilze. Hä, du siehst doch gerade am Ast. Moment mal. Womit hast du die Pilze geschnitten? Mit einem Messer. Aber das habe ich heute Morgen verloren. Aber zum Glück habe ich einen alten Dolch in einem Baumtumpf gefunden. Hier, du kannst dieses alte Stück Metallschrutt haben, wenn du willst. Wie komisch, ich habe mich gerade mit einem der, mit einer zukünftigen Roma-Baronen unterhalten. Aber warum Roma-Baronen? Das ist doch ein Kerl. Egal. Ich habe einen, der ist ein Dolch. Dann gehen wir mal zur Schädel. Ich glaube, Gary hieß er. Wenn ich vollständig stehe, zum Angeln hier. Wenn ich nochmal angeln dürfte. Tju. Auf, auf in den Keller. Hey, du, Gary. Der Legionär ist Dolch. Benutzen wir diesen Dolch und ignorieren wir den hohen Preis, den wir dafür gezahlt haben. Äh, wie du meinst. Ruhe ins Frieden, verschiedener Freund. Dein Weg führt dich nun über die uralte Brücke ins Land der Toten. Ach, hey, nicht schon wieder. Hey, Digus. Papi, ich weiß, dass du sauer auf mich bist. Aber lass uns noch darüber reden. Na klar, warum nicht? Schauen wir uns zum Beispiel mal das Aquädukt an. Das Wasser. Wo ist das Wasser? Ah, ich weiß. Unser Gott hat uns verlassen. Kein Wasser. Kein Essen. Gar nichts. Digus, was soll das? Wir reden doch über Ideen. Der Meister hat uns alles gelehrt. Und jetzt werden wir eine schönere, neue Welt errichten. Ach so meine Güte. Eine neue Welt. Gresswort sorgt dann wenigstens dafür, dass das Wasser wieder fließt. Ich weiß, dass du dich über mich lustig machst. Kette redet nicht mehr mit mir. Und jetzt du, Papi. Ich bin nicht mehr dein Vater. Hurra, Dreck. Oh nein. Das war eine traurige Wendung. Die Arme. Junge, ich brauche was zu trinken. Warte mal. Wo ist mein Cognac? Wir haben ihn nicht gefunden. Ah, der letzte Wärter war ein guter Freund. Er hatte immer was zu trinken. Wir haben uns so oft besorgt. Und er hat oft von seiner Familie geredet. Nur im ehrlichsten Sinne hat er sie jeden Tag vermisst. Vermisst du ihn? Hm, manchmal. Zurück zum Geschäft. Das nächste Artefakt ist, äh, die Gürtelschnalle des Holzfällers. Und noch etwas. Die Maschine kann Tonscherben lesen. Soll das nur heißen? Von einer uralten Vase und Adam hat welche. Adam, Adam, Adam. Wer war Adam? Hey, wer ist denn dieser Adam? MPCs? Wer war nochmal Adam? Wer ist denn der Typ? Der Mann mit einer ruhigen Stimme. Kommt denn der her? Boah. Weiß nicht mehr. Erstmal geh ich zum Holzfäller. Das mach ich ja nicht mit dem durch. Mit dem seltenen. Es ist noch ein Scheiß, wer ist Adam? Eigentlich kann ich mich an die Leute immer erinnern. Ego. Gott. Hier kann ich nicht rein. Holzfäller war oben. Aber der ist, glaube ich, jetzt weg, weil Nacht. Wer ist Adam? Äh? Ah, warte mal. Hier ist das so ein Typ mit Tonscherben irgendwo oben, oder nicht? Mit Ton. Warte mal, Karte. Pause, Weinberg, Hexenhügel, hier. Hier, das sieht aus nach Ton. Was ist der Ton? Nee. Das ist die Milch-Olle. Verdammt. Wer ist Adam? Wer ist Adam? Verdammt nochmal. Hier bin ich falsch. hier ist der typ also da war dann denke you backsteak gaming und so ein neuer tag neue enttäuschung was gibt es noch jetzt aber ich brauche eine kleine scherben meiner uralten ware kannst du mir doch einfach so geben oder die unbezahlbaren scherben einer unbezahlbaren war so umsonst ganz bestimmt nicht du machst mich doch du machst dich doch über mich lustig zunächst musst du deine taverne verbessern dass du die scherben dort ausstellen kannst danach brauche ich noch eine weitere sache ja meine taverne ist jetzt viel schöner ist sie nicht aber gut das war der tatsächlich wie verbessert denn die qualität meiner taverne ich hab doch schon maximal ausgebaut dachte ich bis eben ich sollte vielleicht auf uns zu denken sollte ich diesmal testen jetzt mal hier wieder ganz im ernst kriege ich nie noch besser